Moin Kollegen! Wo finde ich denn hier eine nette kleine Bucht zum Surfen? Jo! Können Sie mich vertellen, wo das hier eine beinig feine Bucht zum Surfen gibt? Vorher eh in Dählig Buchtestuf? Mann, der hatte ja eine tolle Sau, du. Und eine Menge Sprachen konnte der auch. Aber genützt hat sie ihm nichts.